Ja, willkommen in Eurosport. Heute hier bei uns bald dabei und überfliegen unzählige Anwalt in der Ausreise in ganz Europa. Morgen ist die gleiche Ausreise in Barcelona, heute in Lyon und daher gibt es natürlich gewisse Ausnahmen auf den Ausrichtungsflieg. Auch das könnte die Morda in Eurosport. Der Folge ist tatsächlich eine Ausreise für die Ritter am Morda und die Morda in Eurosport. Genau! Oh, Scheiße! Da hat er nicht zurückgestillt! Zeig sich, steht doch! Ja, das ist der Fall! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Da hat er nicht zurückgestillt! Zeig sich, steht doch!